Guten Morgen allerseits. Freitag, 10 Uhr morgens. Ich bin für euch unterwegs. Die schönsten Bilder, das schönste Wetter, wir haben aktuell. Das hört ihr gleich. Hier sind die Radio Primavera Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen hier bei rpv Gran Canaria. Freunde, das Wetter ist sensationell. Die Temperaturen sind runtergegangen im Vergleich zu gestern. Wir sind bei 24,5 Grad. Herrlich. Einfach herrlich. Ihr seht im Hintergrund schon den Himmel und ich möchte euch noch mehr zeigen. Und heute geht es in die Luft. Ich gehe gleich rüber ins Shopping Center Tropical. Und da geht es übers Meer. Und dann zeige ich euch mal aus 80, 90 Meter Höhe die Strandpromenade. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Viel Spaß. So, wo ich aber schon mal hier bin, das ist ja so eine Aussichtsplattform. Ich habe nicht schon übertrieben. Ich habe nicht übertrieben. Schaut euch den Himmel an. Einfach, einfach herrlich. Da hinten seht ihr den Atlantischen Ozean. Seht ihr den Leuchtturm? Meloneras. Einfach schön. So, dann will ich jetzt aber trotzdem mal los. Warte mal, mache ich noch. Klar. Muss ich allerdings ein bisschen drehen. Denn hier ist die kanarische Sonne. Ein Standort weiter. Bin ich hier am Shopping Center Tropical. Auch hier natürlich, klar, ist ja gar nicht so weit weg von dem Standort, wo ich eben war. Klarer, klarer, blauer Himmel. Und wenn ihr mal lest, irgendwo im Reisebroschüre. Hotel Parke Tropical. Das Ding macht seinen Namen Ehre. Es ist wirklich der ganze Innenhof. Es ist alles ein Park. Dass wer es wirklich grün mag, ist das Hotel definitiv absolut zu empfehlen. Ich sage das einfach nur, weil ich jetzt gerade mal hier bin. Und ich gehe jetzt hier mal zeitlich an dem Tropical vorbei, dem Shopping Center. Und dann schauen wir mal. So, Freunde. Ja, Sachen gibt es, die gibt es doch gar nicht. Manchmal ist es vielleicht auch zu früh loszulaufen. Ich bin hier los. Ich habe ja versprochen, ich wollte Bilder aus der Luft machen. Damit ihr mir auch glaubt. Meine Emma, so heißt sie, ist dabei. Und ich stelle beim Auspacken fest. Speicherkarte vergessen. Ja, das ist natürlich übel. Ich verspreche euch, ich werde morgen Bilder aus der Luft machen. Aber wenn ich einmal hier bin, dann, ich hoffe, ich höre das Meeresrauschen. Das ist schon schön. Das ist der kleine Strand, die kleine Wucht. Am Parke, äh Quatsch, am Shopping Center Tropical. Und da hinten seht ihr natürlich die Dünen von Maspalomas. Mensch, das ärgert mich richtig. Ja gut, mache ich es halt morgen. Dann mache ich es halt morgen. Tschüss dabei. Euer Martin Schuber. Ja gut, das ist eigentlichens Historiapien. puedan, ich weiß nicht proben. Es ist alles eigentlich nur zu olun concernu. Ich weiß nicht, was wie es istft игр. Ich weiß nicht mehr. Du bist ja nicht mehr. Vielen Dank.